Der Fernsehling wird ganz speziell proben, ausprobieren und kennt ja das, unsere Kollegen, das heißt, der Radio Fernsehling, der Innovativtraining geht jetzt also genau nach 2 Minuten und 40 Sekunden, bis der erste von 81 Fahrern hier dieses Training unter die Skier nimmt. Auf dem Podium war er am 23. Januar 2014. Schau, gut. Gut, schau. Ich stand, ich stand noch etwas mehr dazu gekommen, wir sehen hier, seit 97. Der Rückstand ist noch 2 Minuten weiter sich, gleich ist noch wieder hoch, gleich Exil. Jetzt sind wir live, das heißt, da ist noch wieder hoch, aus Italien, 2.840, 2.840.